Auf die wilden Tieren in Schöp und Nassau schließen ihre Augen Löwe, Esel, Knoll Träume von den Kindern, die sie morgen sehen Wenn sie in Schöp und Nassau ihre Kreise drehen Wir können jetzt gerne mal ausprobieren, ob ihr eher Tiger seid oder eher Kängurus Ich hab so das Gefühl, da sind ein Haufen Kängurus unter uns, oder? Elefanten gehen bei uns jeden Tag duschen Furchtbar angenehm für die Elefanten, weil so ein Elefant kann sich ja nicht kratzen, wenn es ihm irgendwo juckt Aber ich kann zum Beispiel Raubkatzen spielen, besonders gefährliche Die klingen dann so Jetzt geht eine Pause Eins, zwei, drei, eins, drei, drei Das ist so ein Stück, das man von früherer Zeit kennt Ich hab das schon als zwei Jahre altes Kind gekannt Und es ist einfach fasziniert, wie durch alle Generationen alle so begeistert und so angetan von dieser Musik sind Das kann ich einfach nur empfehlen Vor allem jetzt mit so einer wunderbaren Energie, die alle Musikern da gegeben haben Das ist das. Puh, eins, zwei, eins, zwei, drei Das ist doch ein Stück, das ist ja so schwer Und so muss es tun Und so einfach Die Ecke war das nicht Und so was ich Untertitelung des ZDF, 2020